Musik 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 Es geht los, bezüglich der Staffel 10, Saisoneröffnung in der Wanne. Musik 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 Guter Ball über links, Reis, Passat. Wir müssen das Ding anlassen für die Mutter. 10er, guter Ball, Ertürk ist da. Möchtung und Kiel ist das Ding an? Das ist ein Räufig. Das ist die Handlung. Das war die Borde, Ertürk. Danke schön. Das war die Borde, die wir hier sind. Letztens mit einer 4er Führung errichtet. 1 gegen 1. So lange abseits. Da haben wir beide Dämonen eingeschaut. Jetzt kommen wir hin. Wirklichkeit. Oh, das Tor zog nicht. Hier nicht. Wirklichkeit haben wir. 19. Abange, Abange. Abange, Abange, Abange. Prost! Schade. Hier ist der Verzogel von Eickel. Da kommt wieder gut. Der Verbrecht war sein, es ist gut. Messexion-Race. Kein Abseu. Es geht ab, die Aktion. 21. Ayuk bewegt sich da in der Mitte. Wenn ich ab, das ist nochmal. Alles oder nicht? Auf Hilfe ist da gar nichts los. 29, dann hätte Reis nie mehr die Chance. Spannabzeit, Jürichkeit 2-1 für Europa. Dann kommt vor Zeit. Bereits. Reis wartet schon. Jürichkeit geht weiter. Corona wieder gefährlich. Das war nichts. Das war eine gute Koenigs. Jetzt schauen wir mal was passiert. Ok Koenigs und wahrscheinlich Platz. Jetzt kommen wir mal wieder. Das war eine gute Koenigsliste. Das war ein guter Koenig. Das war eine gute Koenigstin. Das war ein guter Koenigstin. Das war eine gute Koenigstin. Winterschwein, ja? Das ist aber da. Das ist ja eine Erinnerung. Das Sportfreunde Winterschwein. Ja, da war man ein bisschen. Ich kann noch nicht mehr in diesem Spiel machen. Ich hab auch schon gehört in dem Sinn. Aber da geht es mal, ich schaue jetzt Sportfreunde hinter links. Mit der Schuhen gegen Versatz für Sportfreunde. 1-0 Babaschons drin! Und er hat gekürt. Welche Nummer war das? 5% 5% 1-0 5% 3% 5% 1-0 2-0 1-0 3-0 1-0 1-0 1-0 Ich bin jetzt für Fönix, gerade die Spur von der Kanz in Fönix. Was wird da ausprobiert? Fönix. 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 Sechstens Minute. Landparade. Fönix. 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 Ein starker Ansatz für mich. Der Sieben. Der Ronald oder noch? Der Ronald. 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 Ja gut, kann man machen. Der nächste 90. Minute Ertürk. Der nächste 4, 4, 3 Punkte in Maraikos.